Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Mittwoch, heute ist der 12. April 2023, es ist 9 Uhr und eine Minute. Ich bin ein bisschen später dran. Ich muss zugeben, die Woche nach Ostern bin ich etwas entspannter unterwegs, da heute auch nicht so viel los sein sollte. Aber ich habe schon zwei Rückrufbitten, das werde ich auch gleich tun. Und dann sitze ich ja die Woche jetzt an der mitgeltenden Unterlage, also eine Dokumentation für einen Prozessablauf. Wir gucken mal, wie die Woche so wird. Unser technisches Problem, was wir letztes Wochenende hatten, ist bisher nicht gelöst. Das heißt, wir müssen aktuell manuell per Hand unsere Planung machen, was nicht so schön ist, weil es zeitlich natürlich umfangreicher ist und vielleicht nicht ganz so die Strategie oder den Gedanken dahinter abbildet, den das Bundesamt verfolgt. Aber nichts zu ändern. Mal gucken, ob die IT nach Ostern wieder da ist. Wahrscheinlich erst nächste Woche. Schauen wir mal. Heute Nachmittag im Austausch mit den Ballen werde ich bestimmt mehr erfahren. Ja, ansonsten, das lange Wochenende war schön. Es war sehr lang und sehr angenehm. Und jetzt versuchen wir wieder ein bisschen in die Arbeitswelt einzutauchen. Draußen ist schönes Wetter, wie es scheint. Blauer Himmel, sonnenscheinig wie gestern. Gestern war richtig schön. Aprilwetter, Regen, Hagel, Sonne, Nebel. Nebel nicht, aber... Und das merke ich auch im Kopf. Also ein bisschen drückt die Omme. Aber ich schütte mir jetzt gleich einen Kaffee hinter. Und wenn es gar nicht geht, nehme ich eine Dolamine und dann ist gut. Ja, ansonsten, heute ist Mittwoch. Heute Abend werde ich mal Benni und Leon besuchen. Werde zu denen nach Hause fahren. Dann essen wir Döner zusammen. Gucken vielleicht einen Film oder was weiß ich. Eine Serie oder quatschen einfach nur. Ja, und bis dahin noch ein bisschen was arbeiten. Einkaufen werde ich heute mal gehen. Ein paar Lebensmittel holen, die mir vielleicht fehlen oder die aufgestockt werden müssen. Was ja auch mit fehlen verbunden werden kann. Fish Jerky muss ich kaufen für dieses wunderschöne Dredge-Spiel. Und dann schauen wir mal, was der Tag heute noch so mit sich bringt. Ja, das ist es. Mehr habe ich nicht. Mehr habe ich nicht. Ich bin gestern Wann bin ich gestern ins Bett? Um elf, halb zwölf. Also relativ spät. Und heute um sechs, so dreißig war ich schon wieder wach. Ja, wir haben gestern Boston League geguckt. Und dann haben wir noch Elite Dangerous gespielt. Mit wir, wenn nicht Arnie, Bov und ich, Bov und ich haben Elite geguckt. Elite geguckt, Boston League geguckt. Und danach haben wir zu dritt noch ein bisschen Elite Dangerous gespielt. Wir haben ein paar Handelsmissionen gemacht. Ich glaube, wir kommen gut voran, was die Elite-Einstufung für Trading angeht. Wir haben gestern dreimal 50 Millionen Credits-Missionen gemacht. Und ich gucke ab und zu jetzt mal und habe einen Blick darauf, dass ich vielleicht noch zwei, drei davon einsammle, damit wir die nach und nach abarbeiten können, damit der Rang vom Buff auf eine Milliarde Handelsrang, also auf Elite steigt. Entrepreneur ist er aktuell. Ja, gut, dann rolle ich mal zurück an meinen Arbeitsrechner. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch, einen schönen Tag. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Und wir hören uns dann morgen beim nächsten täglichen Vlog hier auf diesem YouTube-Kanal. Ich bin raus. Also gleich in ein paar Sekunden. Gestern war ich eine Sekunde drüber, hoffentlich heute nicht wieder.